vielleicht ist das zu sportlich und vielleicht rattelt das zu sehr oder im stand ist das nicht schön das klingt kaputt haben schaut der 55 parts vorbei hallo alle miteinander ich schulde euch noch ein video und zwar geht es um meine eindrücke in bezug auf das einmassen schwungrad ich habe in den vergangenen videos davon gesprochen dass ich ein kupplungs kit für das auto bestellt habe also das komplette kit mit ausrücklager schwungscheibe einmassen schwungrad etc und mit mit druckplatte und allem was dazu gehört von ptb ptb racing und das ganze ist auch schon eingebaut und wenn ihr genau wissen wollt wie so eine kupplung funktioniert und was in der theorie war also was ich in der theorie von einem einmassen schwungrad erwarte dann schaut euch das basic talk video an in dem es um das einmassen schwungrad geht da erkläre ich das an einem einer ausgebauten kupplung oder beziehungsweise noch nicht eingebauten neuen kupplung mit dem kompletten kit daher geht es hier wirklich nur um die eindrücke ich werde jetzt nicht die technik vertiefen weil ich das ja bereits in einem der basic talk videos gemacht habe also man hat immer hohe erwartungen beziehungsweise geht da sehr hoffnungsvoll an diese ganze sache dran weil das ganze kostet ja auch einiges an kohle und man sagt sich okay ich spar gewicht rotierende masse und das werde ich direkt am gaspedal merken sprechen wir mal den zahlen das serienmäßige zweimassen schwungrad welches in dem auto eigentlich verbaut ist wiegt zwölf oder zwölfeinhalb kilogramm das einmassen schwungrad von ptb wiegt laut ptb 5,8 oder 5,9 laut meiner waage 6 also ungefähr halb so viel ptb hat kürzlich eine neue generation rausgebracht die einmassen schwungräder davor lagen bei acht kilo oder circa jetzt nur sechs was wirklich sehr 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 leicht ist das gute ist ptb baut die teile in derselben bauform das heißt quasi plug and play du kannst dasselbe kit also quasi du kannst die 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 bauform vom einmassen schwungrad ist dieselbe wie vom zweimassen schwungrad allerdings wie es der name schon sagt besteht aus einem teile somit deutlich leichter was es mit der lagerung etc auf sich hat der unterschied zwischen ems und zms schaut ihr euch auch hier in dem video davor besser an da habe ich die bauteile der hand und erklärt das ganze ein wenig ich habe das ganze in kombination mit einer gefederten kupplungsscheibe genommen das heißt die 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 kupplung ist jetzt nicht komplett starr sondern ich habe torsions weder in der kupplungsscheibe was mir das anfahren ein wenig erleichtert kommen wir zum eigentlichen thema meine eindrücke wie gesagt man hofft ja man man erhofft sich ja viel geht damit ganz großen erwartungen ran das ganze kostet auch wirklich viel kohle und möchte das auch direkt im gaspedal spüren man merkt es auch ja allerdings macht euch da nicht viel zu große hoffnung klar man spart 50 prozent an der kurbelwelle also das ist auch falsch also 50 prozent im bezug auf der schwung auf das schwungrad der rest der bauteile sind ja irgendwie immer noch daran was immer noch nicht wenig ist klar aber denkt jetzt nicht dass das auto plötzlich einen riesen satz nach vorne macht was die leistung angeht ihr habt ohnehin kein keine mehr leistung ihr habt nicht mehr ps dadurch ihr habt nicht mehr drehmoment dadurch dass sie gleich auch in einem anderen video bereits das einzige ist ihr habt weniger hemmende masse beziehungsweise träge masse die masse hat eine gewisse trägheit möchte sich nicht bewegen die kurbelwelle arbeitet dagegen und so weiter das hat mir alles schon ihr macht es dem motor ein wenig leichter das bedeutet dass der drehfreudiger ist man kommt schneller auf drehzahl das stimmt auch das merkt ihr im ersten lang im da möchte ich das gar nicht vergleichen weil ich weiß die den ersten gang nie wirklich hoch ich fahre keine ampel rennen oder oder drag races der erste gang ist für mich eigentlich nur zum anfahren im zweiten dann merkt man ist und im dritten dann auch noch ab dem vierten würde ich sagen merkt man es nicht mehr auch da ist der unterschied ja wie gesagt also ich hoffe ihr habt da nicht zu große hoffnung weil dann werdet ihr enttäuscht sein das auto ist bissiger und ist ist deutlich aggressiver am gas das gas das ansprechverhalten ist wirklich besser der 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 tourt schneller hoch gar keine frage aber wenn ich das in relation sehr zu den 840 euro die noch relativ günstig sind bei ptb weil die kupplung bei ccc motorsport in verbindung mit einer sax performance und also was da ist man ganz schnell über 1000 euro nach meiner recherche waren ptb mit einem gesamtkit die liefern ja auch die schrauben mit ausdrücklager und so weiter fliege ist ptb glaube ich sogar mit der günstigste anbieter das ganze ist auch fein gewuchtet und so weiter also da ist seitens ptb bin ich da echt happy mit wo wollte ich hin genau dennoch wenn man das ganze in relation stellt die mehr leistung ich nenne es jetzt mal leistung ist wenn es auch wenn es nicht wirklich mehr leistung ist aber die die benefits die man daraus hat im vergleich zu der kohle ja ist ein sehr 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 nüchternes ergebnis aber ich sage hier auch ganz klar wenn mich man fragt hey lohnt sich der umbau wenn du das ganze aus spaß umbauen willst kannst du machen wenn du dich dadurch besser fühlst okay du dass das ganze wird auch auf bissiger am gas sein und er wird auch schneller hochdrehen ja ob du dadurch bessere runden zeiten hast wage ich zu bezweifeln weil im oberen drehzahlbereich ab 4000 und drehung relativiert sich ja das ganze durch die geschwindigkeit der kurbelwelle daher würde ich nur bedingt ja sagen dass es sich lohnt aber der n52 b30 motor wie er hier verbaut ist und auch im einser hat folgendes problem und zwar das zweimasen schwungrad ist das problem an sich das ist sehr schnell kaputt ich hatte auch ein zweimasen schwung hat das hat überhaupt nicht mehr funktioniert die lagerung war hinüber die torsions weder waren über das ding lief quasi wie ein einmaßenschwungrad aber war halt unnötig schwer ich glaube davon sind auch andere motoren betroffen nicht nur vom z4 und vom 130 auch von anderen herstellern ich glaube dass das zweimasen schwungrad wirklich ein bauteil ist was was halt klar viel belastung kriegt viel wechselnde belastung und einem irgendwann den geist aufgibt wenn das bei euch der fall ist dann würde ich definitiv sagen müsst ihr wechseln und zwar auf den einmaßenschwungrad weil das zweimasen schwungrad original ist ist schweineteuer und warum dann wieder so ein schweres ding einbauen also würde ich sagen wenn ihr so wenn ihr wenn ihr eure kupplung e macht beziehungsweise das ganze kit wechselt dann wechselt auf den einmaßenschwungrad nächster wichtiger punkt geräusche die geräuschkulisse viele haben angst davor das klackert ja enorm im stand tut es es ist laut aber da kann ich euch leider nicht viel zu sagen weil also im kalten zustand klackert es nicht im warmen zustand im leerlauf wenn der motor wenn ihr wenn ihr an der ampel steht im leerlauf im warmen zustand ist das schon am klackern definitiv mich stört es nicht ich finde es cool bei mir ist es allerdings sehr heftig weil ich in dem zuge auch härtere motor und getriebe lager genommen habe dazu habe ich auch noch mal ein video gemacht könnt ihr euch auch anschauen was ich da im detail zu erzählen deswegen sind meine eindrücke da jetzt nicht wirklich objektiv da ich das ganze in einem zug gewechselt habe aber ohne die härteren motor und getriebe lager ist das geräusch wirklich nicht so extrem ich kenne es vom alten fahrzeug war zwar ein ganz anderer motor aber dennoch ist es nicht so krass im stand hört man es mal aber sobald man anfährt ist es dann irgendwann weg und der zweite riesengroße vorteil ist man spart tatsächlich einfach gewicht ja wir sprechen hier von von sechs kilo ohne weiteres das heißt wenn ihr euer kaputtes oder verschlissenes zweimassenschwungrad rausschmeißt und ein emas einbaut was vielleicht sogar günstiger ist als vom hersteller einen zweimassenschwungrad oder zumindest gleich teuer spart ihr abgesehen davon dass er schneller hochturt natürlich auch gewicht am gesamten fahrzeug und besonders halt auch vorne wie ihr vielleicht auch in meinen anderen videos gesehen habt gibt es nicht ganz so viele möglichkeiten wirklich vorne gewicht zu sparen ja und da würde ich zum beispiel sehr gerne gewicht verlieren und nicht an der hinterachse dass die mir zu leicht wird dazu noch für die leute die noch immer am zweifeln sind und eine restsorge haben auch vielleicht ist das zu sportlich und vielleicht rattelt das zu sehr oder im stand ist das nicht schön das klingt kaputt dann schaut mal bei 55 parts vorbei also einfach 55 parts.de da habt ihr so ein anti ich glaube anti rattle kit heißt das wenn ich mir wenn ich mich nicht täusche genau da schaut ihr vorbei das kippt ihr ins getriebe und dann hört ihr von dem rattern so gut wie nichts mehr ich habe es nicht drin wie gesagt weil es mich nicht stört durch die harten motor und getriebelager werde ich die geräusche sowieso nicht minimieren können finde ich auch nicht schlimm für ein auto was auf einer strecke bewegt wird ist halt ein bisschen racing für die wie gesagt die zweifel haben schaut bei 55 parts vorbei und die jungs haben aber auch andere alternativen für auch andere motorisierungen was kupplung angeht und einmassenschwungräder und so weiter die sind auch sehr fit drin schaut da vorbei und und ja ich hoffe das bringt ein bisschen klarheit in thematik für die leute die vor der entscheidung stehen sich ein einmassenschwungrad zuzulegen mein riesen benefit sind zusammenfassend mein zweimassenschwungrad war ohnehin durch also wozu ein neues teures kaufen daher direkt auf ems umgerüstet und benefit zwei gewichtsreduzierung ja sechs kilo sind nun mal sechs kilo das ist nicht wenig einfach so sechs kilo aus dem auto rauszuholen wird nach einer zeit schwierig wenn man schon gewisse sachen rausgerissen hat cool das war's haut rein ciao